Der Angriffskrieg auf die Ukraine jährt sich am kommenden Freitag zum ersten Mal. Seit Kriegsbeginn sind über 7500 Flüchtlinge nach Dortmund gekommen und unter ihnen natürlich auch viele Kinder. Dortmund hat viel Wert darauf gelegt, alle möglichst schnell in die Schule zu bringen. Wo stehen wir da jetzt? Haben alle einen Schulplatz? Die Herausforderungen sind riesig, vor allen Dingen eben auch für die Schulen, die die Kinder ja aufnehmen. Und viele dieser Kinder haben einen Schulplatz der Kinder und Jugendlichen, aber einige von ihnen immer noch nicht. Aber die Kinder, die einen Schulplatz haben, sind ja wirklich ganz, ganz herzlich in den Schulen aufgenommen worden. Sie sind als Schuldezernentin ja wirklich nah dran an den Schulen. Was hören Sie, wie läuft die Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern in Dortmunder Schulen? Also erstmal kann ich den Schulleitungen, den Lehrkräften wirklich nur Danke sagen und auch den Schülerinnen und Schülern. Denn alle sind bemüht und wollen auch, dass die Menschen, die hier bei uns ankommen, sich willkommen fühlen. Was mir berichtet wird, ist, dass es eine große Freude ist, eben auch zu erleben, wie schnell die Integration vonstatten geht. Ich habe vor drei, vier Tagen noch mit einem Schulleiter telefoniert. Der hat 60 Kinder aufgenommen und ich habe ihn gefragt, wie kommen die denn voran? Und dann sagte er, also die Kinder, die der hat, die sind in einem wirklich atemberaubenden Tempo dabei, auch Deutsch zu lernen. Also der war ganz begeistert. Es sind ja nicht nur die ukrainischen Flüchtlingskinder, die Dortmund aufnimmt. Es sind noch ganz viele andere Kinder von Flüchtlingsfamilien, die in Dortmund einen Schulplatz suchen und auch finden. Fast hat man den Eindruck, Dortmund muss es da immer wuppen. Fühlen Sie sich da manchmal ein bisschen alleine gelassen? Es ist so, dass wir natürlich dringend Unterstützung brauchen vom Land, wie wir das Thema Integration angehen. Dortmund ist eine Arrival City. Das bedeutet, hier kommen ja sehr, sehr viele Menschen an, die wir auch integrieren wollen. Wir freuen uns, dass die Menschen kommen. Nur die Frage ist, wie kann uns das gelingen? Alleine schaffen wir das nicht. Da brauchen wir Unterstützung vom Land. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.